Gott, das war eine schwere Geburt. Ah, ah. Hoffentlich ist der Inhalt die Mühe wert und ich erfahre endlich was über den Verbleib meines Vaters. Jede Menge Unterlagen. Irgendwo muss doch diese verdammte... Ah, hier. Die Liste aller Teilnehmer am Tunguska-Projekt. Das stimmt, Cluedo. Es gibt nur eine wahre Zelda-Serie. Im Zug sind das schon über 100 Namen. In der Station weit über 1000. Was genau machen die denn alle? Naja, egal. Erstmal muss ich schauen, ob mein Vater an Bord des Zuges ist. Dann bin ich mal gespannt. Hinter einigen Namen sind Kreuze. Sind die alle tot? Ich kann nur hoffen, dass die Kreuze eine andere Bedeutung haben. Mein Vater scheint aber nicht auf der Liste zu stehen. Weder im Zug noch in der Forschungsstation. Bin ich jetzt deswegen beruhigt oder besorgt? Immerhin haben sie ihn nicht nach Russland verschleppt. Aber dafür ist meine einzige wirklich heiße Spur jetzt nur noch lauwarm. Ich werde mir mal die anderen Unterlagen anschauen. Vielleicht bringt mich das ja irgendwie weiter. Hier ist eine Mappe mit dem Titel Tunguska-Projekt. Die sollte ich mir mal näher ansehen. Jede Menge Formeln und wissenschaftliches Zeugs. Bis ich das verstanden habe... Aber was? Was ist das denn? Hier steht etwas von einer Kalenko-Expertise. Die scheint tatsächlich von meinem Vater zu sein. Er hat wohl 1976 nachgewiesen, dass ein in der Tunguska-Region gefundenes Objekt außerirdischen Umsprungs ist. Dumm, dumm, dumm! Von dieser Expertise hat dann die Regierung grünes Licht für den Ausbau der Forschungsanlage gegeben, um von der Öffentlichkeit abgeschottet, Experimente mit dem Bruchstück durchführen zu können. Offenbar haben diese Experimente dann ergeben, dass man das Verhalten von Tieren beeinflussen kann, wenn man bestimmte Strahlungsfelder mit diesem Bruchstück modifiziert. Daraufhin wurde das Tunguska-Projekt ins Leben gerufen, um die Technik zu verfeinern. Dann kommen seitenweise Versuchsergebnisse. Die müssen da tausende von Tierversuchen gemacht haben. Nur, mit welchem Ziel? Was versprechen die sich davon? Lässt sich das militärisch nutzen? Eine Armee von Raketenwerfer, Bären. Wahrscheinlich. What? Tot. Kaputzenheini. Ja, das ist alles wie... Hey, ich muss mal gucken, was vorher da war. Resident Evil Zero oder Geheimakte Tunguska. Weil sogar der Kaputzenheini auf dem Hügel... Da fehlen nur noch Igel. Hallo, Oleg. Ich hoffe, es gibt gute Neuigkeiten. Was? Hallo. Und Nina? Ist sie okay? Ne, tot. Wie konnte das passieren? Ich dachte, ihr passte auf sie auf. Ich will mich aber nicht beruhigen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Und das Ergebnis... Ja, okay. Wo genau? Alles klar. Bin schon auf dem Weg. Baba, 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 baba. So schnell konntest du nicht anfangen. Dann müsste dies das Militärkrankenhaus sein, in das sie Nina gebracht haben. Hoffentlich geht es hier gut. Wie konnte es nur passieren, dass ein ganzer Zug entgleist? Man vermutet einen Anschlag. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Du musst Nina nachausholen. Ich? Ja. Alleine stehen deine Chancen besser, nicht entdeckt zu werden. War sowieso schon ein Wunder, dass wir so einfach bis hierher gekommen sind. Ich habe zwar extra einen großen Bogen um die Forschungsstation gemacht, aber so dicht dran, hatte ich schon fast damit gerechnet, dass uns das Militär abfängt. Okay. Aber wie komme ich jetzt da rein? Lass dir was einfallen. Prima. Aber schon mal vielen Dank fürs Herbringen. Ohne dich hätte ich das hier nie gefunden. Gern geschehen. War doch selbstverständlich. Du machst dir ziemlich Sorgen um Nina, oder? Ja. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Du magst die Kleine wirklich, oder? Ja. Sie ist toll. Sowas Wunderbares ist mir noch nie passiert. Hey, aufwachen, Junge. Träumen kannst du, wenn du Nina da rausgeholt hast. Ja, hast recht. So, nun aber los. Viel Zeit bleibt uns nicht. Ich warte hier, falls du irgendwie Hilfe brauchst. Ach ja, denk dran. Nina ist unter dem Namen Perkova unterwegs und wohl auch unter diesem Namen eingeliefert worden. Und jetzt viel Glück. Danke. Das werde ich wohl auch brauchen. Sowas Wunderbares ist ihm noch nie passiert. Es ist einfach alles das Schlimme, oder? Dass irgend so eine Frau irgendwie mal kurz einen Satz mit ihm redet. Und sonst keinerlei Bewandtnis irgendwie zu übrigen. Nimm mir die Stofftasche mit. Ja, nimm die mal mit. Auch wenn Max ein ziemlicher Creep ist. Aber gut. Ja. Ja gut, können wir nochmal mit ihm reden. Mit dem Oleg. Das ist ja nicht besonders. Aber immerhin hilft er uns. Was ist, wenn irgendwas passiert? Wird schon nichts passieren. Ich warte hier. Und falls der Alarm losgeht, tritt Plan B in Kraft. Und hergehen. Das überlege ich mir zu gegebener Zeit. Und jetzt sieh zu, dass du da reinkommst. Okay. Plan B. Na dann. Die Löwen sehen einfach auch nicht gut aus. Na gut, ich frag einfach mal, wer sie da sind. Warum nicht? Eine Gegensprechanlage. Und ich dachte immer, in so abgelegenen Regionen gäbe es nicht mal Strom. Ja? Was sag ich denn jetzt? Schönen guten Tag. Ich mache hier in der Gegend Urlaub und bin zufällig vorbeigekommen. Sieht toll aus. Sie ist bestimmt alt. Kann ich mir das Haus mal aus der Nähe ansehen? Was? Ich bin ein großer Fan von Gebäuden aus... Aus der Zarenzeit. Sonst geht's aber noch, oder? Das ist hier ein Krankenhaus, kein Museum. Ja und? Ich will's mir doch mal ansehen. Dauert auch bestimmt nicht lang. Hier gibt's ja sonst nicht so viele interessante Gebäude. Ich kann auch nichts dafür, dass Sie am Arsch der Heide Ihren Urlaub verbringen. Hier können Sie auf jeden Fall nicht rein, wenn Sie nicht gerade erarzt oder kurz vorm Sterben sind. Und nun lassen Sie mich in Ruhe. Ich will mir das Fußballspiel weiter ansehen. Er hat einfach die Sprechanlage ausgeschaltet. Das mit dem Architekturtouristen gehörte wohl nicht gerade zu meinen besten Ideen. Fürs nächste Mal merken, mit Kunst kommt man nicht weit. Ähm, sind wir jetzt in Russland schon, oder? Ja, eigentlich. Spricht jetzt Max Gruber auch fließend russisch? Anscheinend. Oder wie ist jetzt das hier? Genau, ich verstehe das alles nicht mehr. Verschlossen. Ist schon bei elektrisch. Hat auf jeden Fall kein Schloss. Okay. Hast du ein Busch. Giftige Beeren. Ah, ich hab schon eine Idee, was wir machen. Ja, die packen wir jetzt in die Tüte. Ganz genau. Und benutzen die als Steinschleuder und werfen die rüber. Und dann kommen die ganzen russischen Soldaten aus dem Tor und essen die. Und dann fallen sie um und sind tot. Und jetzt ziehe ich mir die über den Kopf. Ne, leider nicht. Ah, schade. Vielleicht ziehe ich ihm über den Kopf. Wir könnten sagen, wir haben hier Spenderorgane in der Tüte. Moment, wirklich? Ja, anscheinend. Wussten wir, dass dem Finger fehlen, oder? Das höre ich zum ersten Mal. Aber gut. Hallo, ich bin's nochmal, der Architektur-Tourist. Ich hab jetzt doch jemanden mit einer kaputten Hand gefunden. Wirkt ziemlich unheimlich. Mehr wie ein Geisterschloss. Ich sollte Nina da schnellstens rausholen. Na gut. Hallo? Meldet sich keiner. What? Dann ruf mir mit dem Telefon an. Oder so. Warum auch immer. Da tatsächlich, ey. Hä? Ach so, ja, warum nicht? Ihr Handy ist aus. Hab ich vorhin schon versucht. Na gut. Aber immerhin kann man das machen. Warum nicht? Ja, aber jetzt redet der nicht mehr mit uns. Was machen wir denn jetzt? Verschlossen. Na gut, dann muss ich vielleicht nochmal mit ihm reden. Was ist denn der Bildschirm und der, die das überlegt? Ha. Erster Bildschirm und wir wissen schon nicht mehr, wo hin. Kannst du das Handy auf das Haus anwenden? Krankenwagen. Scheint ein Krankenwagen zu sein. Die Schrift darauf ist russisch. Kann ich nicht lesen. Aber da steht ein Telefonsymbol mit einer Nummer daneben. Aha. 0 3 1 1 2. Na dann. 0 3 1 1 2. Rufen wir den Krankenwagen. Rufen wir das Auto. Funktioniert mein Plan. Hallo, hallo, ich hab, äh, mein Freund hat sich schwer verletzt. Ich befürchte, dem fehlen ein paar Finger. Ja, ich stehe an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Bitte schicken Sie schnell jemanden vorbei. Ich glaube, der verblutet. Ja, aber machen Sie schnell. So, dann wollen wir mal hoffen, dass Olex schauspielerische Qualitäten ausreichen, um den Krankenwagenfahrer von seiner Geschichte zu überzeugen. Er sieht ja auch aus, als hat er einen Stock im Arsch, ey. Super animiert. Und er ist auch so super knallbunt angezogen. Genau das richtige Outfit für so. Jetzt muss ich nur noch Nina finden. Na dann. Na dann. Dann wühlen wir gleich mal im Müll und holen uns die Schere da. Eine Opelzange. Genau. Denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon entfernt wurden. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Ein Finger. So, einfach zur Tür rein. Abgeschlossen. Ach, wäre auch zu einfach. Wen wundert's? Nimm die 100 Watt Birne. Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. What? Crazy. Kannst du bei den Kartons, die da rumstehen, die Holzkisten da rechts unten irgendwas machen? Nee. Und die Kellerfenster? Dann die Regenrinne hochklettern. Ansonsten weiß ich das auch nicht mehr. Scheint ein Wasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Na dann, klettern wir mal hoch. Mit der OP-Schere. Moment, konntest du jetzt doch gerade das Kellerfenster anklicken mit der OP-Schere? Das hintere? Nee, das ist... Ja, okay. Da. Was ist da genau? Ich stehe da anscheinend auf was. Schatten? Hä? Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Da. Der Schatten. Hä? Ich stehe da keinen Schatten. Die Pfütze da vor dir, oder wie? Ja, anscheinend ist das ein Schatten. Das ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel drin. Da ist ein Schlüssel in der Lampe. Das ist ein Schlüssel in der Lampe. Aber wir können hier anscheinend auch nach vorne gehen. Lampenschlüssel. Und warum... Achso, können wir jetzt nicht mit der Lampe interagieren gerade? Nee, nee, das hat nicht funktioniert. Lampenschlüssel. Der gute alte Lampenschlüssel. Ah. Sieht nicht gerade wie ein typischer Krankenwagen aus. Oh, guck mal. Mehr wie ein Militärfahrzeug. Das... Aber was machen die hier so weit weg von jeglicher Zivilisation? Das weiße Gebäude neben dem wir stehen, sieht aus wie ein Gesicht. Mit so einem... Mit so einem bauschigen Backenbart. Und es macht... Nicht gerade das neueste Modell. Scheint aber ihren Zweck zu erfüllen. Okay. Okay, wir können vorne einfach zur Eingangstür... Hast du den Schrei gerade gehört? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da so einfach rein zu spazieren. Was für eine Art Krankenhaus ist denn das hier? Ha, aber es ist interessant. Ich kann auch sonst nichts weiter machen hier. Ich kann nur zurückgehen. Dann wirf doch jetzt mal dein Handy auf die Lampe. Okay. Moment. Ach so. Ah, es ist aus. Ja, dann wirf es wirklich. Es ist jetzt ein Ziegelstein. Verdammt. Hm. Kann man irgendwo das Kabel von der Lampe durchschneiden mit der OP-Zange? Nee. Nee. Hm. Und mit der Lampe kann man nichts machen, außer die angucken. Ja. Da ist ein Schlüssel in der Lampe. Seltsames Versteck. Aber immer noch besser, als ihn unter eine Fußmatte zu legen. Wirklich? Aha. Und jetzt geht's. Na ja, okay. Aber man muss erst den Schatten sehen. Erst den Schatten. Dann die Lampe. Und dann kann man sehen. Okay. Nee, nee. Es geht ja nur um Leben und Tod. So möchte man nicht so einen warmen Schlüssel anpacken. Na gut. Warmer Schlüssel. Jetzt ist er wahrscheinlich verformt. Das ist jetzt wie ein Metal Gear Solid. Jetzt muss man den irgendwo abkühlen und dann schnell genug wieder bei der Tür sein. Nee, das macht keinen Sinn. Ab in die Höhle des Löwen. Hoffentlich ist keiner im Keller. Offensichtliche Akte da. Hier scheinen die Krankenakten drin zu sein. Alphabetisch sortiert. Vielleicht finde ich heraus, was die mit Nina gemacht haben. K. Kach. Kajo. Kamm. Hm. Scheinen keine Akten über Nina drin zu sein. Oleg sagte ja, Nina sei unter falschem Namen gereist. Wie war der doch gleich? Per... Per Cover. Schauen wir da mal nach. P. Pal. Per. Peres. Peres? Peres Manuel. Peres? War das nicht der Typ, der damals zusammen mit Ninas Vater an dieser Tunguska-Expedition teilgenommen hat? Und der war auch hier? Interessant. Das sollte ich mir mal näher ansehen. Ich kenn den auch. Peres M.C. Peres M.C. Man hat anscheinend versucht, der Krankheit auf die Spur zu kommen, indem man Experimente an ihm durchgeführt hat. Bei vollem Bewusstsein die Schädeldecke. Das ist ja grauenvoll. Stromschläge, Zwangsjacke, Schocktherapie. Das liest sich ja wie ein mittelalterlicher Folterbericht. Aber offensichtlich hat der arme Kerl das Ganze überlebt. Er wurde dann vor wenigen Wochen auf Antrag einer gewissen Dr. Nicole Charroix in seine Heimat überstellt. Nach Kuba. In einen kleinen Vorort von San Cristobal, westlich von Havanna. Offenbar hat sich dieser Peres trotz seines erbärmlichen Zustands so stark gewehrt, dass sie ihm die doppelte Dosis von Phen... Phenylzykludin-Piperidin gegeben haben. Es ist, glaube ich, ein Narkosemittel, das mittlerweile verboten ist. Piperidin. Da liegt dieser Peres hier fast 30 Jahre rum und plötzlich überweist man ihn nach Kuba. Und kurz danach verschwindet auch noch Ninas Vater spurlos. Würde mich stark wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Müssen wir jetzt auch noch nach Kuba? Nachdem hier... Vielleicht. Hm. Ich kann dir sagen, dass ich mich zumindest noch an zwei weitere Schauplätze erinnern kann, die man außer Russland noch hat. Aber ich glaube, so Hirn-OPs, zumindest so gewisse Hirn-OPs, werden immer bei vollem Bewusstsein durchgeführt, weil man den direkten Effekt wissen muss, wenn man verschiedene Areale stimuliert, damit man weiß, wo man ist, damit man nicht versehentlich was Falsches rausschnippelt. Insofern ist das gar nicht so barbarisch. Also ich hoffe, die Stelle war narkotisiert. Handventilator! Ja! Diktiergerät! Ein Diktiergerät. Vielleicht ist ja was von Nina draufzuhören. Bestimmt. Das wäre schon ein sehr komischer Zufall. Ja. Schwere psychische und neuronale Störungen. Das ist schon wieder Flanders. Oder? Ja. Hämatome äußerten sich die Symptome in optischen und akustischen Halluzinationen, reflexartigen Muskelkontraktionen und Hörninkontinenz. Hinzu kommen psychogene Reaktionen, temporäre Amnesie, partielle Lähmung der Gesichtsmuskulatur und Augenflimmern. Durch äußere Einwirkung verursachte Schläfenlappenbeschädigungen, Fraktur des rechten Handgelenks, diverse Prellungen und Hämatome im Kopf- und Armbereich. Mit Ausnahme einiger äußerer Verletzungen im Großen und Ganzen, also ähnliche Symptome wie bei den anderen Patienten. Der Bericht ist schnellstmöglich anzufertigen und nach Moskau zu faxen. Mist. Die Batterien scheinen ihren Geist aufzugeben. Das hört sich aber ganz schön übel an. Was soll wie bei den anderen Patienten bedeuten? Welche anderen? Ist das diese Bewusstseins- und Verhaltensstörung treten hier bei vielen Leuten auf? Wenn ja, was ist dann die Ursache dafür? Ich sollte auf jeden Fall Nina davon erzählen. Denn irgendwas scheint ja nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es mir definitiv nicht gefällt. Ganz und gar nicht gefällt. Wobei... Diese riesigen Flaschen da. Da sind jede Menge Medikamente und chemisches Zeug drin. Ach was. Ich weiß nicht warum, aber die triggern mich. Dann nimm sie mit. Wenn ich mich nicht irre, dann ist in einer der Flaschen dieses Zeug mit dem Perris betäubt wurde. Den Rest kann ich aber immer noch nicht identifizieren. Nehmen wir doch gleich mal mit und wenden das auf die ganzen Soldaten an. Oh, mit dem Ventilator kann man das super spreaden. Und dann sind alle sofort betäuft. Dann sind wir auch super spreader. Vielleicht. So. Okay, der da noch. Ein Stuhl, ein Rollstuhl. Steht deshalb hier rum. Vielleicht. Vielleicht. Na gut, mehr ist hier nicht. Dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal. Der ist echt, der läuft so stock im Arsch. Furchtbar. Das ist die enge Hose. Ja, okay. Ein Eimer. Der Eimer ist voller Blut. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Ach, tu nicht so. Ich möchte nicht wirklich herausfinden, wer oder was da drunter liegt und woher all diese Flecken kommen. Nina ist es glücklicherweise nicht. Dafür ist die Person viel zu klein. Hm. Ammoniak. Nehmen wir doch auch mit. Ammoniak. Keine Ahnung, wozu die das verwenden. Vielleicht als Ersatz für Riechsalz, um jemanden aus der Ohnmacht zu holen. Ammoniak. Oh. Spritzen. Eine Spritze. Scheint noch nicht benutzt. Allerdings liegt die Nadel frei. Ich meine, guck ihn dir an. Ja. Er sieht einfach furchtbar aus. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in die Nadel fasse. Oder findest du ihn nicht furchtbar designt? Also allein, also abgesehen davon, dass halt, ne, Grafikdesign, also wie Grafik halt damals aussah. Aber er sieht so furchtbar aus. Hm. Furchtbar. Furchtbar. Was wohl passiert, wenn man jemanden Ammoniak injiziert? Naja, medizinische Experimente sollte ich wohl auf später verschieben. Schauen wir mal, was passiert. Spritze hat noch nicht benutzt. Allerdings liegt die Nadel frei. Moment, hast du jetzt da wirklich Ammoniak drin? Ich glaub nicht. Bevor ich nicht weiß, was ich damit machen will, werde ich da definitiv kein Gift drauf tun. Mir ist ohnehin nicht ganz wohl bei dem Gedanken, mit einer offenen Spritze durch die Gegend zu laufen. Warum nimmst du sie denn überhaupt mit? Aber du läufst doch mit einer offenen Spritze gerade durch die Gegend. Eben. Macht überhaupt keinen Sinn. Volker Seda. Dankeschön für die Bits. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao. Bis... Freitag. Und ein Skalpegel. Hoffentlich. So. Das ist auch schön, dass das defekt oder steht da? Das steht Pem-Mort. 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 Okay. Oh, guck mal. Da oben ist so ein Speicher-Diskettenzeichen an der Wand. Das solltest du mal speichern. Oh. Siehst du das? Über dem zweiten OP-Tisch. Kann ich keine besonderen Merkmale feststellen. Aber die Lungenflügel kann mir kaum vorstellen, dass die Person noch lebt. Er ist auf einmal Arzt geworden. Ja. Ich dachte, er ist irgend so ein Archäologe. Mit so einem Ding hört sich der Arzt immer mein Lungenrasseln an. Freitag dürfte ziemlich sicher, kann ich jetzt schon mal sagen, Mario-Tag sein. Obviously. Blutige Tupfer. Oh, oh. In solcher Zustände würden sie bei uns ein Krankenhaus komplett dicht machen. Hoffe ich zumindest. Okay. Ich glaube, mehr kann ich hier eigentlich erstmal nicht tun. Es sei denn, ich kann Blut aus dem Eimer aufziehen. Nee. Geht wohl nicht. Nee, passt schon. Ist schon gut. Willst du mit dem Stethoskop die Leiche abhören? Ob die noch lebt? Ich höre Stimmen. Bevor ich nicht weiß, was mich dahinter erwartet, um mich in diese Tür zu haben. Aha. Ist ein sehr guter Burger. Kann ich ja auch nichts für. Aber du verpasst was. Das Spiel ist echt gut. Nur blöd, dass die Satellitenschüssel so empfindlich ist. Muss ständig nachjustieren. Hoffentlich wird es nicht wieder so windig wie gestern. Da konnte ich ein gar nichts mehr erkennen. Nee, das kannst du vergessen. Sei doch froh, dass die Tussi wenigstens tief und fest schläft und nicht ständig Randale macht. Jo. Und noch drei Tage in dem feuchten Zimmer da oben, dann haben unsere Docks wieder was zu tun. Nee, bleib lieber oben. Ist zwar kaum einer da, aber falls jemand auftauchen sollte, gibt's wieder einen Aufstand von wegen Posten verlassen und so. Keine Sorge, der Chefarzt wird schon nicht merken, dass ich während der Dienstzeit mehr mit Fernsehen als mit Kontrollgängen beschäftigt bin. Ich hab die ganze Zeit ein Auge auf die Eingangstür. Und wenn er nicht gerade durch den Keller gekrochen kommt, werde ich ihn auf jeden Fall rechtzeitig bemerken. Jo, mach ich. Bis später. Und geh nicht wieder auf Rattenjagen. Der Dock ist immer noch sauer wegen der Einschusslöcher. Feuchtes Zimmer irgendwo in einem der oberen Stockwerke. Zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wo Nina gefangen gehalten wird. Heißt das, wir müssen jetzt... ...und mindestens zwei Wachen sind. Ich müsste es irgendwie scheinen, mit Nina Kontakt aufzunehmen. Wir müssen jetzt... ...durch den Keller kriegen. So hab ich das verstanden. Ich hab das Gefühl, du findest es überhaupt nicht interessant, was hier passiert. Doch! Ja, ja. Ich bin ein Fußballspiel im Fernsehen beschäftigt. Trotzdem sollte ich nicht weiter in den Raum reingehen. Wenn ich erwischt werde, bin ich ein toter Mann. Hm. Ich meinte das ernst, dass wir durch den Keller kriegen sollten. Weil er doch gerade gesagt hat, durch den Keller... Da gehe ich besser nicht hin. Wenn mich die Wache bemerkt, kriege ich sonst ganz massive Probleme. Wir gehen raus... Ja, ja. ...und zerhauen die Satellitenschüssel. Ganz genau. Oder wir stellen den Ventilator daneben auf... ...damit die ständig hin und her wackelt. Ja, ich wüsste auch nicht, mit was wir die Satellitenschüssel kaputt hauen. Gerade. Wir könnten auch einfach da... ...mit der Hand einfach die ein bisschen verstellen. Vielleicht theoretisch könnte das funktionieren. Oder wir schleichen uns an die Soldaten... ...und töten ihn. Vielleicht. Mit Skalpell und Giftspritze gleichzeitig. Mit der Giftspritze, ja. Definitiv. Das ist ein guter Plan. Wie lange geht der Street? Ich meine, nach dem, was Nina alles getan hat, traue ich denen alles zu. Das stimmt. Es ist jetzt erst neun. Nach zwei Stunden. Okay. Wir gehen einfach wirklich gar nicht machen. Da irgendwas mit an. Verdammt. Hat sich die blöde Satellitenschüssel schon wieder verstellt. Unzählige Leben ruiniert. Hat die Nina. Ja. 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 War eigentlich alles, was Nina im ersten Teil des Spiels macht, umsonst? Weil jetzt liegt sie hier im Kranken... Okay. Weil ich wollte gerade sagen, weil Max hat jetzt auch den ausschlaggebenden Hinweis gerade gefunden. Und nicht sie. Aber er wäre ja gar nicht hier in diesem Krankenhaus, wenn sie nicht verunglückt wäre. Also mit dem Zug verunglücken war das einzige Nützliche, was sie jetzt gemacht hat die ganze Zeit im Grunde. Sehr gut. Offenbar hat der Typ die Satellitenschüssel bereits wieder richtig eingestellt. Was für ein Arsch. Wie schnell kann denn dir die Satellitenschüssel wieder einstellen? Ah, nein. Was machen wir denn dann? Wir müssen die nachhaltig zerstören oder so. Muss ich jetzt wieder zurückglatschen. Ziemlich sicher. Oder nimm mal das Messer auf ihn. Schade. Hätte ja sein können. Ah, naja. Die Giftflasche vielleicht. Oh, Moment. Ach nee, das war die Spritze. Okay. Hm, vielleicht geht's jetzt? Schade. Ich wüsste, was ich da was machen kann. Wir wissen, wir haben einen Plan, Max. Immer diese gewaltlosen Spiele. Also wirklich gut. Immer diese Gewaltlosigkeit verherrlichenden Spiele, Mensch. Furchtbar. Aber was machen wir denn jetzt? Wir sollten uns vorher überlegen, was wir machen. Aber jetzt repariert das einfach wieder. Und wenn wir jetzt da zu lange stehen bleiben, dann kill der uns. Ach. Vielleicht können wir ihn jetzt, weil ich glaube, dass... Ah, und jetzt, wo Abgelenkt ist, betäuben wir ihn. Wann hast denn du das letzte Mal gespeichert? Ein bisschen Angst. Ach, Mann. Aha, aha, aha. Wenn ich die Wache angreife, wird sie noch in der Lage sein, aus dem Raum zu laufen und Alarm zu schlagen. Das sollte ich nicht riskieren. Ach so. Du bist so ein Luschi. Versuch jetzt mal, die Spritze mit dem Gift zu kombinieren. Ist ja nur Betäubungsmittel. Das ist ja nicht mal... Tödlich. Nee, nicht Ammoniak. Nee. Dann weiß ich es auch nicht. Was haben wir denn da noch, wo der Pfeil ist? Dann nur das Handy oder auch was anderes? Ja, nur das Handy. Ja, was machen wir denn da? Genau. Achtung! Auf den folgenden Seiten finden Sie die Lösung. Ja. 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 Ja.